Herzlich Willkommen zu einem Shop Video. Wie ihr es gerade sehen könnt, habe ich tatsächlich jetzt schon das Neon Schwingen Backpack bekommen. Ihr müsst euch dafür einfach nur einmal zwischen heute und Montag bei 16 Uhr einloggen und dann bekommt ihr tatsächlich direkt beim ersten Einloggen in das Backpack, zumindest sollte es so sein. Finde ich auf jeden Fall ganz nice. Manche hatten es ja auch schon so, dass man sich während der Zeit einloggen musste und dann immer nicht wusste, bekommt man das wirklich, weil man das eben halt erst dann irgendwie 5 Tage später oder so bekommen hat. So ist es auf jeden Fall besser, dass man es direkt bekommt. Ist auf jeden Fall glaube ich ein ganz nice Backpack und soll auch irgendwie reaktiv zur Musik sein. Müssen wir uns dann mal in einer echten Runde anschauen und ich würde sagen, wenn es die Videos ihr auf dem Kanal gefallen, könnt ihr gerne ein Abo dalassen, außerdem ihr Wert kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist da in der Videobeschreibung und lasst dort natürlich euren Follow da. Würde mich auf jeden Fall freuen und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an und dort haben wir heute den Patronen-Gurz-Skin drin. Der hat glaube ich auch einen neuen Stil tatsächlich bekommen, weil ich kannte den Stil glaube ich vorher noch nicht, den grünen Stil hier. Ich glaube tatsächlich, der ist jetzt das erste Mal drin. Kann auch schon sein, dass er ein, zwei Wochen schon im Game ist, allerdings ist er glaube ich jetzt tatsächlich das erste Mal dann wieder im Shop drin. Dazu gibt es dann natürlich auch noch eine White-Version, unser Patronella. Hier gibt es ja schon seit dem vorletzten Update glaube ich, die Version oder es ist auch schon erst seit dem letzten, weiß ich gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall auch ein relativ neuer Stil. Sieht eigentlich auch echt ganz cool aus. Dazu gibt es dann die Machete als Spitzhacke, dann den Chopper als Gleiter und dann die digitales Grau-Lackierung. Als nächstes haben wir dann hier den, ähm, den Tomaten-Kopf-Skin. Einmal hat man hier natürlich auch noch eine zweite Stil, den Tomaten-König wird leider eben halt nur nicht angezeigt, weil ich mir den Skin gekauft habe. Und man kann eben halt mit Challenges dann den zweiten Stil freischalten. Ähm, dazu gibt es dann die Axt-Teron-Spitzhacke oder alternativ die Nacht-Roller-Spitzhacke, die ich deutlich besser finde tatsächlich. Und dann den extra Käse-Gleiter. Dann haben wir als nächstes noch die, diese ganzen grünen Skins, waren glaube ich, sind glaube ich jetzt tatsächlich erst das zweite Mal im Shop. Hier gibt es eben halt insgesamt acht verschiedene Versionen, alles grüne Skins, sehen so ähnlich aus, irgendwie wie No-Skins. Äh, spielen gefühlt auch nur loste Spieler. Ähm, ja, wie gesagt, gibt es hier acht verschiedene Varianten, vier männliche, vier weibliche. Ähnlich wie bei den Fußball-Skins, so dass man keine weiteren Stile hat. Als nächstes haben wir dann den Berchi-Skin. Hier haben wir vier verschiedene Varianten. Einmal die Standard-Variante, dann Standard mit der Jacke. Dann einmal die Schimmer-Variante und dann noch Schimmer und die Jacke dran. Ist auf jeden Fall ganz nice. Dann aber als nächstes Signal-Interferenz als Lackierung ist ja auch eine reaktive Lackierung. Das heißt, wenn man schießt, wird diese, äh, ja, diese Signal-Interferenz etwas stärker. Sieht auf jeden Fall eigentlich ganz cool aus. Dann haben wir den Oldschool-Emote. Dann den, äh, Feuerläufer-Skin. Als nächstes dann noch den Raketen-Rodeo-Emote. War auch schon sehr, sehr lange, glaub ich, nicht mehr im Shop. War damals so ein, äh, äh, tatsächlich ein relativ beliebter Emote, weil es eben halt so mit, äh, 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 ja, etwas Besonderes war. Nicht wie die ganzen anderen Emotes, aber mittlerweile für 800 V-Bucks ist das eigentlich schon echt schwach, was dort passiert. Könnte auch heutzutage tatsächlich ein grüner Emote sein, ähm, deshalb sehr, sehr teuer für das, was da gemacht wird. Dann haben wir als nächstes immer mit der Ruhe. Und dann haben wir natürlich noch die ganzen Sonnenangebote, die gestern auch schon drin waren. Äh, ist hier auch nichts Neues dazugekommen. Ähm, alles eben halt passende zum, zur Party-Royal-Premiere, die ja auch heute um 3 Uhr nachts stattfand. Um 19 Uhr geht das dann, glaub ich, ja nochmal los oder um 18 Uhr oder, ne, um 20, genau 20 bis 21 Uhr. Ja, das werden wir uns natürlich live auf Twitch anschauen, äh, wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst natürlich dort auch gerne ein Follow da. Hier haben wir auf jeden Fall einmal den Nachtleben-Skin. Ist auch ein reaktives Outfit und es ändert das Muster, wenn, wenn Musik abgespielt wird. Dann haben wir den DJ-Bob-Skin, I'm in der Standard und in der Remix-Variante. Dann haben wir als nächstes den Leucht-Debit-Mode. Dann den Leuchtflug-Gleiter, war tatsächlich, äh, zum gestrigen Zeitpunkt, glaub ich, seit 364 Tagen nicht am Shop. Das heißt, es war ein richtig seltener Gleiter. Ähm, find ich auf jeden Fall eigentlich auch einen ganz coolen Gleiter. Dann haben wir den Disco-Fieber-Mode. Dann die Leucht-Shop-Spitzhacke. Dann den Disco-Party-Mode. Und als letztes dann noch den Breakdancing-Mode. Das war's dann mit dem Breakdancing-Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao.